Ist die Hölle echt? Du kommst in die Hölle, mit diesen Worten erklärte ein kleines Mädchen seiner Lehrerin, dass sie kein Christ sei, weil sie ja schließlich Hosen und Schmuck trage und deshalb in die Hölle komme. Wir lächeln, wenn wir so etwas hören. Oder vielleicht ärgern wir uns auch darüber, dass es tatsächlich Erwachsene gibt, die ihren Kindern so etwas beibringen. Dabei muss man ja heute eher sagen, dass das Thema Hölle in den meisten Gemeinden überhaupt nicht mehr vorkommt. Und was ist das eigentlich, Hölle? Viele haben dabei ja die Vorstellung eines Ortes, an dem die bösen Menschen vom Teufel gequält werden. Ein Ort, an dem der Teufel zu Hause ist, wo er sozusagen das Feuer anheizt. Wenn die Bibel von Hölle spricht, verwendet sie verschiedene Worte. Manche beschreiben einfach nur das Totenreich, wie dass die Menschen nach ihrem Tod kommen. Aber es gibt auch ein Wort, das wirklich mit Hölle übersetzen werden muss. Im Griechischen ist es das Wort Gehenna, was die Bezeichnung für das Tal Hinnom war. An diesem Ort fanden in alttestamentlicher Zeit Kinderopfer statt. Es war daher ein Sinnbild der Qual und der tiefsten Gottesferne. Jesus spricht relativ häufig von der Hölle. Er nennt sie oft den Ort, an dem Heulen und Zähne glabbern herrscht. Ein Ort der Feuerquallen oder der ewigen Pein. An keiner dieser Stellen ist es allerdings der Ort, an dem der Teufel sozusagen zu Hause wäre. Im Gegenteil. Nach Offenbarung 20 ist die Hölle der Ort, der für die ewige Bestrafung des Teufels vorgesehen ist. Dabei muss man natürlich klar sagen, dass unsere Worte und unsere Vorstellungskraft nicht ausreichen für die jenseitige Wirklichkeit. Weder wenn es um den Himmel und die neue Erde geht, noch wenn es um die Hölle geht. Wir können uns diese Aspekte aus Gottes Unendlichkeit nur in Bildern und Worten unserer Zeit vorstellen. Letzten Endes ist die Hölle der Ort unendlicher Gottferne. Der Ort, an dem Gott nicht ist. Und wenn Gott das Leben ist, dann ist die Hölle der Tod. So nennt die Offenbarung sie ja auch, den ewigen Tod. Die Hölle ist also nicht so, wie wir sie uns oft vorstellen, aber sie ist real. Wenn die Hölle keine reale Wirklichkeit wäre, hätte Jesus nicht kommen und für uns sterben müssen. Denn er kam ja, um uns genau davor zu bewahren, vor der ewigen Gottesferne. Die Hölle gehört also in unserer Verkündigung. Nicht um damit Angst zu machen, sondern um zu zeigen, wie großartig die Rettung ist, die Jesus für uns geschaffen hat. Wir dürfen auf ewig als Kinder Gottes in seiner Nähe leben. Das ist das Evangelium, das gerade vor dem Hintergrund der Realität der Hölle unendlich wichtig und groß wird. Und das ist das Evangelium, das gerade vor dem Hintergrund der Hölle unendlich ist.